Mit der Einstellung auf jeden Fall. Ja, mann, Alter. Wir werden jetzt vernichtet. Genau, gucken wir rein. Oh, die haben die Ausgänge anders gemacht. Ähm... Ne, wieso? Drei Ausgänge? Ne, eigentlich sind alle das gleiche. Wir werden erstmal hier hochgehen. Gucken, was da so los ist. Ich glaub, die Ausgänge waren vorher x... so Kreuze, oder? Ach so, du meinst... Ja, so... Man sieht das Aussehen, aber die Position ist die gleiche. Naja, die Position sind gleich, ja. Ist so. Oh, jetzt hätt ich schon fast angerufen. Da hätt ich ja gar nix. Ist echt nix. Oh, jetzt ruft wer anders an. Mit ihr da? Das ist zwar hier in der Kiste. Ne, wie anders rangegangen. Geh mal an das Telefon. Oh, mehr sag ich jetzt nicht. So, Tresor. Tresor ist schon mal geöffnet, ja. Da sind wir schon mal welche. Wollen wir da auch hingehen? Oder wollen wir hoch zum Container? Zum Tresor, oder? Die Autos lassen wir, oder? Ja klar, ist auf dem Rückweg nachher. Ja. Oder was halt dabei liegt. Außer LKWs. Ich glaub, die kann man immer machen, ne? Ne, ne. Machen wir auch Alarm. Stöße gehört? Ja. Schon wieder Much aufgehoben. Also vorsichtig, ne? Hier können jetzt welche sein. Ja. Oben links schießen die auf NW ungefähr. Die schießen auf die mit dem Tresor, glaub ich. Ne, der Tresor ist doch schon hier. Signaldetektor hat mich aufgedeckt. Ja, das war der Turm. Ach, das war der Turm. Ach, das war der Turm. War der Turm, ja. Oh, wait. Ach, Tresor ist rechts. Oh, da ist das Ding. Geht tatsächlich keinen. Oh, was ist das? Ich hänge fest. Ich glaub mal gerade in eure Richtung. Äh, ich bin hinter dir, ne? Ja. Oben, ich hör Steps im Haus. Guckt ihr oben an die Fenster? Ja. Oh, da hinten steht einer. Rechts, links? Da. An der, an der offenen Tür. Da stand gerade einer. Okay. Mal pushen. Versuchen. Ja, ich glaub nicht, dass die so gut sind. Warum halten sich das so lange auf? Hier ist ein Störsender aktiv. Ja, bei mir auch. Stimmt. Die rennen. Links. Links. Steg. Ja, ich hab ihn gesehen. Einer ist entlang gelaufen. Unten. Gott, ich hab ja gar nichts getroffen, glaub ich. Hast du? Nee. Hast du? Schön, von links. Oh, warte, warte, warte. Ich hab Strahlung. Oh, der hat eine Granate geworfen hier, diese. Ja. Oh, fuck. Auf dem Steg. Auf dem Steg. Pass auf, Chris, auf dem Steg da. Ah ja. Bei Tobi. Habe ihn, der ist tot. Scheiße, der hat mich erwischt, ey. Ich lieg geradeaus zu. Alter, ach. Zwischen die und Toni jetzt. Da, genau. Da lieg ich. Mit PAM mit. Welchen Muni braucht die? Die stehende. M4A1. Ja, dann wechsle ich mal die Waffe. Ah, die hat ja auch noch Muni. Das ist nicht... Doch. Die hab ich ja auch. Da muss ich mal eben... Du lebst noch, ne? Ich hab gar nicht mein Dings genommen. Mein... Hier, der hat noch... Warte, jetzt muss ich noch was loswerden. Zwei. Hier, ein Sprit. Scheiß drauf. Die goldene Kassette mit. So, hier kannst du noch was looten, wenn du möchtest. Ach, der hat ja auch noch. Kann ich ja gar nicht mehr mitnehmen. Okay. Schnell rein hier. Okay, die M4A1 hab ich noch nicht gespielt. Ich hab noch nicht mal... Ah, kein Scope. Okay. Die M4A1 hab ich auch genommen. Von, von, von Benni. Achso, ich hab die von der Leiche gerade quasi aufgehoben. So. Die hat doch noch einen Sniper dabei, ne? Die ist gelbe da, ne? Ja, die hab ich auch genommen, genau. PAM. Mmmmm... Benni down. Nix gut. Nope. Scheiß Granaten hier, ne? Wo gehen wir hin? Ähm... Ja. Benni, wo bist du denn gest... Okay. Wollen wir zum Container hoch, oder wollen wir rausgehen? Wir können raus, dann können wir Benni auch wieder mit reinnehmen, oder? Ja, ich bin auch voll. Also ich... Ich bin auch voll. Also ich... Ich bin auch voll. Also ich brauch auch nix... Ich kann nix mehr looten. Von daher... Kann natürlich jetzt noch die Slots, die ich habe, aufstocken, aber... Ich kann auch Munition wegschmeißen. Hier, eins... Okay, ich wurde von einem tragbaren Signaldetektor jetzt getrackt. Jetzt kannst du auch mal tracken, ähm... Toni. Ja, Moment. Äh... Hast du mal eine mitgenommen, Chris? Oh ja, warte mal. Ah, der ist... Der ist aber da oben, auf X, auf 2, auf 3. Wir können raus. Ey, du hattest gar keine mehr. Doch, wir können direkt rausgehen. Ich hab meine Rüstung noch nicht reinbezogen, ich Dussel. Aber ich hatte noch welche. Ich hab ja keine benutzt. Also bei dir war nur noch der Sniper drin. Alles andere hab ich rausgenommen. Hattest du denn der Sniper mit Benni? Mh-mh. Dann hast du Benni nicht gelootet, das war ein anderer. Hä? Was ist der andere? Da lagen zwei Stück. Ich lag auf der Leiche von einem anderen. Oh, was? Wollen wir nochmal zurück? Nee, ne? Lohnt nicht. Glaube ich nicht. Also, im schlimmsten Fall verspielst du das, ne? Ja. Dann wäre da zwei Trakare da mehr oder halt alles verloren. Dann würde ich eher rausgehen. Ich dachte, du warst das an der Leitplanke. Mh-mh. Mh-mh. Nee, das war der Gegner. Das war der erste. Oh, krank waren wir mir. Das war der erste, der quasi, äh, den ich gesehen habe. Und, oh, von hinten. Bist du tot? Nein, bin ich noch nicht. Mh-mh-mh. Oh, ich bin tot. Boah, fuck. Ey, war ein Assi, ey. Wichser. Nicht gut. Der läuft da. Zwei Stück. Ja, hab's gesehen. Die zielen auf dich. Sechs Sekunden. Oh, was? Die Drecksau. Alter. Alter. Ja, die haben auch wieder... Ey, das gibt's gar nicht. Oh, mein Roller. Ja, haben die abgesnackt. Junge, Junge, was für eine Runde, Alter. Du kriegst direkt deine Header oder was? Ich hab gewusst, man kann unter die Autos so durchschießen, aber so auch noch. Alter. Ja, die waren gut. Ja, die waren echt gut. Du siegst aber anders. Boah. Das war so...